Hallo, ich bin der Andi und ich bin der Mitorganisator von diesem Workshop. Ich bin die Valerie, ich bin auch Mitorganisatorin. Okay, ich bin der Flo, bemühe mich da auch, dass wir einen coolen Workshop machen. Und wir halten politische Arbeit für sehr wichtig und deswegen haben wir gesagt, wir wollen da Workshops organisieren. Also wir haben sie schon vor einigen Monaten begonnen, regelmäßig zu treffen und haben immer überlegt, was könnten wir machen, was wollen wir machen und was halten wir für wichtig. Und wir sind eben zu dem Schluss gekommen, dass Workshops eine gute Möglichkeit sind, uns politisch zu betätigen und so ist eben auch dieser Antifa-Workshop heute entstanden. Ich habe heute einfach, dass es ein interessanter Workshop wird. Ich glaube, wenn wir sagen, dass politisches Bewusstsein und politische Bildung wichtig ist, dann ist es irgendwie unsere Sache, dass wir dann sagen, okay, wir schauen und wir versuchen, Menschen die Möglichkeit zur politischen Bildung zu geben und darum organisieren wir einen Workshop. Also. 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 Untertitelung des ZDF, 2020